G, G, R, G, R, A, G, R, A, C, H, G, R, A, C, H, G, R, A, C, H, T, I, N, K, K, R, K, R, E, K, R, E, C, H, K, R, E, C, H, K, R, E, C, H, E, K, R, K, R, E, K, R, E, A, T, K, R, E, A, T, K, R, E, A, T, I, O, N, E, N. Dadamenta 4. Krachten, Kräche, Kreationen. Samstag, 9. Mai, seid dabei. Start, 19 Uhr, Goethe- und Schiller-Denkmal. Finale, 20 Uhr, Marktplatz. Mit Dada-Rezitator Jav Blonck, Tuba Libre, neuer Bauhauskapelle, Absurd im Chor und euch allen. Konzertierte Aktion des C-Kellers, der Galerie Eigenheim und der Klangprojekte Weimar. Präsentiert von Radio Lotte Weimar, das Stadtradio. Präsentiert von Radio Lotte Weimar. Präsentiert von Radio Lotte Weimar.